Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen zu unserem Zug. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Wo hast du gebucht? Über 1. Klasse. Hallo. Hey, wer ist da? Von Regen in Stuttgart zur Sonne Richtung Bodensee. Wie viel Wind gibt es heute? Ja! Das Logo hier. Unser Motto extra printen lassen. Das ist der Grund, warum du ein Helm weißt. Ja! So, wir machen das Unmögliche im Parken in die Garage ein. Ich bin ein bisschen enttäuscht über das, was du hier gebucht hast. Es ist so clean und schlicht und modern. Da ist ein Fenster. Es ist sauber. Was soll das? Hier hängen keine Gemälde. Da man ja flexibel sein muss, Anja, habe ich gedacht. Das Highlight der ersten Nacht wird mal weiter in die Reise rein verlegt. Ja, komm. Später. Ja, cool. Ja, cool. Ja, cool. Ja, cool. Ja, cool. Ja, cool. Und dann haben wir einen Grenzübertritt. Keine Radfahrt ohne Grenzübertritt. Wenn wir beide dabei sind. Wenn wir ohne Grenzübertritt sind. Ja. Ja, okay. That's really nice. 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 That's good. That's really nice. Cheers. 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 Bis zum nächsten Mal. Ich habe mir alle Mühe gegeben. Wie zufrieden bist du mit deinem Filmteam, Angela? Super. Ich denke, ich werde kein anderes mehr nehmen. König Entertainment. Wie klug war es, den Zug zu steuern? Vor allem sind wir vielleicht in die falsche Richtung gefahren. Wegen des Wetters. Wo wir herkommen, weil die Sonne gescheint. Aber unterdrückt. Ja, das ist aber wunderbar.